Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Info-Break-Kapitalmarkt-Update, welches ganz im Zeichen eines Notenbank-Specials steht. Die Europäische Zentralbank, die amerikanische Federal Reserve, die Bank of Japan und die Bank of England stehen in diesen Tagen mit ihren Maßnahmen eindeutig im Epizentrum der Kapitalmarktbeobachtung. Lass uns mal die Woche der Zinsentscheidungen von Anfang an aufrollen. Den Beginn im Reigen der Notenbankentscheidungen machte die amerikanische Federal Reserve. Wie vom Markt erwartet kam es zu einer Anhebung des Taggeldzielbandes um 25 Basispunkte auf 5,25 bis 5,5%. Immerhin das höchste Niveau seit über 20 Jahren und womöglich auch das Ende im aktuellen Zinsanhöhungszyklus. Insbesondere, wenn in den beiden Inflationsveröffentlichungen bis September die schwächere Kerninflationsdynamik vom Juni neuerlich bestätigt werden sollte. Von Seiten der US-Wachstumsdynamik gab es gestern eine Überraschung. So beschleunigte sich im zweiten Quartal das US-Wachstum unerwartet stark auf knapp 2,5% per anno. Neben den starken BIP-Zahlen sind es aber auch die starken Auftragseingänge in der US-Industrie und niedrige Zahlen bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die das Bild einer nach wie vor äußerst widerstandsfähigen US-Wirtschaft bestätigen. Die Resilienz gegenüber aggressiver Zinsanhebungen der vergangenen Monate wiederum lässt die Wahrscheinlichkeit einer womöglich allerletzten Zinsanhebung im September neuerlich aufleben. Wir müssen bereit sein, den Daten zu folgen. So sprach Jerome Powell, der amerikanische Notenbankpräsident. Nun gut, befolgen wir also diesen weisen Rat und zeigen uns bis September geduldig. Für die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank hingegen mussten wir nicht sehr geduldig sein, denn keine 24 Stunden nach der US-Notenbankentscheidung folgte die EZB mit ihrer Ankündigung, die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt anzuheben. So wurde der relevante Einlagesatz zum neunten Mal in Folge auf sein Rekordhoch von 3,75% aus dem Jahre 2001 angehoben. Auf die Frage auf der Pressekonferenz anwesenden Journalisten, wie es denn im September weitergehe, betonte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass die weiteren Zinsentscheidungen von drei wichtigen Faktoren abhängig sein werden. Erstens von der Einschätzung der Inflationsaussichten vor dem Hintergrund aktueller Wirtschafts- und Finanzdaten. Zweitens von der Entwicklung der zugrunde liegenden Inflation. Und drittens von der Stärke der geldpolitischen Transmission. Sprich, wie stark sich die bis dato durchgeführten zinspolitischen Entscheidungen auf die europäische Wirtschaft im Allgemeinen und das Preisniveau im Besonderen ausgewirkt haben. Als Fazit bleibt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinserhöhung durch die EZB im September aufgrund der rückläufigen Inflationsdaten sowie der nachlassenden europäischen Wirtschaftsdynamik von einem Höchststand von 80% vor ein paar Monaten auf 40% gesunken ist. Einen überraschenden geldpolitischen Schachzug lieferte die Bank of Japan. So drehte sie zwar nicht an der Zinsschraube, sehr wohl aber an ihrer selbst auferlegten Zinskurvenkontrolle, die sie ab sofort flexibler gestalten wird. Die bisherige harte Obergrenze für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen von 0,5% wird aufgeweicht. Hin zu mehr Spielraum nach oben. Gleichzeitig möchte man aber mit den weiterhin täglich durchgeführten Kaufgeschäften einen Anstieg über 1% verhindern. Mit diesem geldpolitischen Spagat versucht man heimische Investoren anzulocken und dies hätte dann wohl auch eine Repatriierung japanischer Anleihegelder zufolge. Japanische Investoren besitzen mehr als 2 Billionen US-Dollar an langfristigen Auslandsanleihen. 55% davon in US-Dollar und ca. 28% in Euro. Immerhin ca. 500 Milliarden Euro. Bei weitem die größten Bestände innerhalb des Euroraums entfallen auf Frankreich. Interessant ist aber auch, dass die niederländischen Bestände in etwa so groß sind wie die deutschen, gefolgt von Italien und Spanien. Zu guter Letzt noch einen kurzen Sprung rüber auf die Insel, nach Großbritannien. Hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die britische Notenbank morgen am 3. August ihren Leitzins zum 14. Mal in Folge anheben wird. Nach einem 50-Basispunkte-Zinsschritt im Juni wird ein in seiner Gangart gemäßigter Zinsschritt im Ausmaß von 0,25% erwartet. So, jetzt aber genug an Notenbankpolitik. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Kapitalmarktwoche und verabschiede mich mit einem Servus aus Wien. Euer Christian Leinweber.